Da kam ein Junge mit einer geistigen Behinderung. Ich hatte damals eine Regelmannschaft, die ich trainiert habe. Und er kam zu uns und wollte Fußball spielen. Und die Mama hat gesagt, er ist überall abgewiesen worden und ausgelacht worden, ob er das mal bei uns versuchen darf. Ich bin hier aufgenommen. Jetzt bin ich auch hier. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich komme auf den Platz und die Woche kann doof gewesen sein. Und ich bin hier mit den Jungs und Mädels und sehe nur die Begeisterung, das Engagement von denen.